Ich will dich, ich brauche dich, ich kann nicht leben ohne dich. Das sind die Rock'n'Roll-Instruktionen für das Leben. Bewusst durch den Schmerz hindurchgehen. Ich will dich, ich brauche dich, ich kann nicht leben ohne dich. Das sind die Lebensanweisungen des Rock'n'Roll, wohingegen für Buddha Anhaftung und Festhalten die Ursache des Leidens sind. Lass alles los. Ein schmerzender Körper, ein schmerzendes Herz, in der Liebe, in der Freundschaft, der Partnerschaft. Das ist hart. Verlassen, zurückgewiesen, übrig geblieben. Kann man nicht essen, nicht schlafen, kriegt keine Luft. Alles tut weh. Der Körper fühlt sich an, als wäre er von einem Lastwagen überfahren worden. Und die modernen Neurowissenschaften haben herausgefunden, dass emotionaler Schmerz in den gleichen Hirnarealen auftaucht, wie körperlicher Schmerz. Und wie mein guter Freund Rick Fields geschrieben hat, mein Herz ist aufgebrochen. Also, was geschieht in einer Liebesgeschichte? Die Arbeit, der Verlust eines Freundes, der Verlust eines geliebten Menschen und dann die alten Geschichten, er hat, sie hat, Ich wünschte, ich hätte, ich werde nie wieder. Und all die Fantasien, was stimmt mit mir nicht? Ich bin nicht liebenswert. Es hat nicht funktioniert, weil... Wenn man verraten wird, was irgendwann jedem passiert oder einen Verlust zu verkraften hat, was jeden einmal trifft, ist es an der Zeit, sich an das eigene, weise Herz zu erinnern und dafür zu sorgen, dass Weisheit und Zärtlichkeit und Mut wieder in unser Leben einkehren und den Schmerz unseres Herzens lindern. Wie gehen wir mit diesem Unglück um? Wie gehen wir mit unseren Schwierigkeiten um? Ein Rabbi in der jüdischen, mystischen Tradition lehrte seine Schüler einst, sich die Gebete und die heiligen Lehren und Worte einzuprägen, über sie nachzudenken und sie sich dann auf ihr Herz zu legen. Ein Schüler fragte eines Tages den Rabbi, warum er immerzu sagte, auf das Herz legen. Und der Meister antwortete, Nur durch Gnade können die Lehren in unser Herz gelangen. Wir sprechen sie hier, lernen sie, legen sie auf unser Herz und hoffen, dass sie irgendwann einmal, wenn das Herz aufbricht, hineinfallen werden. Eine schwierige Zeit ist wirklich der Moment für deine Zen-Praxis, für deine spirituelle Praxis, für Weisheitsübungen und Übungen zum Mut. Der Zen-Lehrer Karlfried Graf Dürkheim spricht von der Notwendigkeit, durch solche Schwierigkeiten mit einem bewussten und klaren Geist hindurchzugehen. Ein Mensch, der sich bereits auf dem Weg befindet, wird sich im Falle von schwierigen Zeiten nicht an Freunde wenden, die ihm Zuflucht und Bequemlichkeit bieten und sein altes Selbst zum Überleben ermuntern. Er wird vielmehr jemanden suchen, der ihm auf schicksalhafte, unerbittliche Weise dabei helfen wird, dieses Selbst zu riskieren, um zu lernen, die Schwierigkeiten zu ertragen und mutig durch sie hindurchzugehen. Das Unzerstörbare eines Menschen kann nur in dem Maße entdeckt werden, wie ein Mensch sich immer und immer wieder der Vernichtung und dem Verlust aussetzt. In diesem Wagnis liegen die Würde und der Geist des wahren Erwachens. Die Erfahrungen von Verlust, von unerwartetem Verrat, von Trennungen, die einem das Herz brechen, werden manchmal zu dem Ort, an dem wir in unserer Liebe und unserem Mitgefühl besonders wachsen, in unserer Weisheit und unserer Fähigkeit, ein authentisches und freies Leben zu führen. Die nächste Meditation lädt dich dazu ein, in Würde und mit einem schmerzenden und gebrochenen Herzen zu sitzen. Und dazu, dies zu lernen. Geführte Meditation Das Zen eines schmerzenden Herzens Im Zen wird gelehrt, dass die Dinge sind, wie sie sind. Stell dir vor, du wärst ein Zen-Meister, der darin ausgebildet wurde, während all der Wechselfälle des Lebens zentriert zu bleiben. Zunächst einmal setz dich Würde voll mit deinem schmerzenden Herzen. Spüre deinen Körper, wie er auf der Erde sitzt und die tiefe Verbindung, die von deinem Wesen aus bis ins Innere der Erde reicht. Spüre jetzt mit achtsamer Aufmerksamkeit dein gebrochenes Herz, den Schmerz darüber, wertlos zu sein. Die Sehnsucht, die Angst, die Einsamkeit, Verletzbarkeit, die Bedürftigkeit, die Begierden. Spüre auch die Zärtlichkeit, die ebenso da ist, wie die Verärgerung oder die Trauer, die Wut, die Niedergeschlagenheit. Vielleicht fühlst du dich jung, vielleicht fühlst du dich verwirrt, vielleicht hast du das Gefühl zu sterben, Spüre deinen Körper. Du bist der Zen-Meister, der sich vor dem verneigt, das einfach ist. Die Anspannung in deinem Sonnengeflecht, die Leere, das Loch in deinem Brustkorb, dem Bauch, die Hitze und das Zittern vor Kälte. Die Schwere in deinen Schultern, der Verlust deiner Erhabenheit und Würde. sitze inmitten von all dem da und ehre es. Und während du es ehrst, denk an all die Musik, die über das gebrochene Herz erschaffen worden ist und an all die Filme, die darüber gemacht wurden, an die Gemälde und die Geschichten, den großen Roman über Dr. Zhivago und die Country-and-Western-Songs. Dies ist der Dämon des gebrochenen Herzens. Er singt sein Lied durch dich. Der Geist tritt in sich wiederholende Geschichten ein. Nimm wahr, wo im Körper sie sich befinden. Nimm wahr, welche Geschichten er erzählen will. Und richte deine Aufmerksamkeit auf das gebrochene Herz, auf all den Schmerz und die Dramen, als würde es sich um einen Dämon handeln. Und tatsächlich wirkt es auch wie ein mächtiger Dämon. Verbeug dich vor ihm. Wink ihm zu. Du kennst diesen Dämon. Du hast diese Geschichte schon einmal gehört. Du hast das alles überall auf der Welt gesehen. Dieser Dämon will dich besitzen. Es heißt, es wäre besser, von der Polizei gewollt zu werden, als von niemandem. Also ist ein gebrochenes Herz eine Art Hilfsmittel für dein Selbstgefühl, deine Identität. Ein gebrochenes Herz zu haben, ist besser, als gar kein Selbstgefühl zu haben. Aber ist dieses gebrochene Herz tatsächlich das, was du wirklich bist? Ist es dein Wesen? Deine Seele? Ich glaube nicht. Und tief in deinem Innern glaubst du es auch nicht. Das kleine Selbst fühlt sich einsam. Spür diese gewaltige Einsamkeit. Die Einsamkeit, die alle Wesen von Zeit zur Zeit empfinden. Und während du diese gewaltige Einsamkeit spürst, lass sie größer werden, sich öffnen. Und während du das tust, wird sie sich verändern. Sie wird zu Alleinsein werden, zu dem Alleinsein, das still und stumm inmitten von allem ruht. Atme sanft in dieses Alleinsein hinein. Auch dies ist dein Zuhause. Und du kannst zurückkehren von diesem Alleinsein, um die Wesen dieser Welt zu berühren. Und alles das, was um dich herum ist. Von einem Ort aus, der von Zentriertheit und Würde geprägt ist, statt von Angst. Atme sanft in dieses Alleinsein hinein. Atme sanft in diesen gewaltigen Raum hinein, vor dem du dich verbeugst. Nimm die Zeit wahr. Spür den großen Kreislauf der Jahreszeiten. Und während du ein Jahr zurückblickst, oder zwei, oder zehn, oder zwanzig, erkennst du, dass du nicht der erste und auch nicht der letzte Mensch bist, der ein gebrochenes Herz hat. An diesem Tag auf dieser großen Erde gibt es, neben ihrer erstaunlichen Schönheit und den Schwierigkeiten, auch noch andere gebrochene Herzen. Das gebrochene Herz ist die Quelle der Dramen und musikalischen Werke vieler Jahrhunderte. Und es singt sein Lied in jeder Jahreszeit und in jeder Generation. Atme sanft. Spür dein Mitgefühl und deinen Verwandten Geist. Du wirst darüber hinwegkommen. Es gibt noch weitere Darbietungen, von denen einige humorvoll sind, andere romantisch, wieder andere tragisch oder abenteuerlich. Habt Vertrauen. Das Stück ist noch lange nicht zu Ende. Die Show wird weitergehen und du und andere, die ihr heute ein gebrochenes Herz habt, ihr atmet und hüllt diesen Teil des Lebenstanzes in Zärtlichkeit. Während du mit dieser riesigen Aussicht dasitzt und auf dein Herz lauschst, unterhalte dich mit ihm. Lass dich von deinem Herzen belehren. Das Zerbrochensein muß dabei nicht das Sagen haben. Es kann Teil der Lektion sein. Wenn dein gebrochenes Herz ein Lied schreiben könnte, was für ein Lied wäre das? Wenn dein gebrochenes Herz einen Film drehen oder ein Theaterstück schreiben würde, in dem sich das ganze Drama entfalten würde, wie würde das aussehen? Wenn dein gebrochenes Herz deinen Körper ergreifen und dich zum Aufstehen bringen könnte, dazu, dass du tanzt und dich bewegst, was würde dann aus dir herausbrechen? Spür es. Sieh es vor dir. und verbeugt dich vor ihm. Öffne dich ganz. Wer bist du wirklich? Bist du dieser Verlust? Oder bist du nicht vielmehr der, der alles weiß, der Zeuge von allem? Unsere Schwierigkeiten sind es, die uns stark machen. Wenn du durch sie hindurch gehst, bringt dich das zu deinem wahren Selbst zurück. Wer bist du wirklich? Hier, wie du so auf der Erde sitzt. Verbinde dich mit der Erinnerung an die Vision von einer Zeit, als du dich von der Erde und dem Himmel sehr gehalten gefühlt hast. spüre und fühle diese Erinnerung an die Ganzheit und atme sanft inmitten von all dem. Und nun höre von diesem Ort der Ganzheit und des Zentriertseins aus das Lied der schmerzenden Herzen der Welt. Atme mit ihnen. Verbeuge dich voller Mitgefühl und Humor voller Würde und Tränen Mut und Schmerz Spüre im zärtlichen Herzen dieses Überleben all derer, die vor dir gewesen sind. In diesem gewaltigen weisen Herz gehören dir weder Menschen noch Dinge. Sie alle sind nur für eine bestimmte Zeit da. Sie entstehen und vergehen und du ruhst hier auf dieser Erde mit einem großen und weisen Ausblick. Du bist ganz. Lege deine Hand auf dein gebrochenes Herz, auf die leere Stelle in deinem Körper und berühre voller Mitgefühl diesen Schmerz. Erinnere dich an deine Ganzheit. Schwöre deinem Höchsten selbst treu zu sein und alles loszulassen, was deiner Würde und deiner Freiheit entgegensteht. Du bist der Zen-Meister deines Lebens mit einem offenen Herzen und einem zwinkernden Auge. Wenn man mit dem gebrochenen Herzen zu tun hat, ist es besonders wichtig, sich und andere nicht zu verurteilen. Wir alle haben dies durchgemacht. Wenn ich die Grundlage der buddhistischen Praxis unterrichte, anderen Wesen nicht zu schaden, ist damit immer auch der Hinweis für das eigene Leben verbunden, die Wahrheit zu sagen und nichts zu nehmen, das einem nicht gehört. Und dazu gehört auch, keinen Schaden durch den missbräuchlichen Umgang mit der Sexualität anzurichten. Mit der Sexualität ist eine mächtige Energie verbunden. Sie ist ein großer Segen und bietet die Möglichkeit einer unglaublichen Verbindung. Gleichzeitig birgt sie die Macht, missbraucht zu werden. Ich frage daher die Leute, wie viele hier im Raum haben sich schon mal beim Sex zum Narren gemacht? Und dann lache ich und füge hinzu, macht euch nichts draus, denn alle Hände gehen hoch. Wir alle sind Übende in der Schule der Liebe. Wie der große Send Dichter Ryokan schrieb, letztes Jahr ein dummer Mönch, dieses Jahr das Gleiche. Dichter Dichter ód